Lewin gegen Vito. Das ist schon der zweite Kampf von Vito. Letztes Mal hat das nur 30 Sekunden gedauert. Ich bin schon gespannt, was er heute zeigt. Lewin ist der Bittant. Vito geht steig nach vorne. Ein paar Kicks von Vito. Ohne Vorbereitung. Treffe nicht. Lewin weist alles aus. Ein paar Schläge von Vito. Jetzt ein kleiner Clinch. Vito bringt seinen Gegner an die Wand. Ein paar Schläge. Ein bisschen Nerven. Oh, macht aber Lewin schön. Vito hat aber schön seinen Rücken geholt. Vito hat ja jetzt den Rücken. Lewin versucht aufzustellen. Er weiß, er kann nicht bleiben. Er hat 4 Minuten. Er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle. Schön die Fiese rein. Jetzt kannst du. Pass auf, wenn er das nächste Ziel trägt. Er hat die Kontrolle. Genau. Kein Lockerschlag auf Sport davor zu gehen. Vito versucht mal kleine Schläge vielleicht. Vito macht schon einen Schock. Aber Lewin macht es gut. Lewin verteidigt es. Er weiß, er muss aufpassen. Genau das wird kommen. Das weiß Lewin. Das ist ein Schock. Das ist ein Schock. Das ist ein Schock. Der Rücken ist seine Beine zu befreien. Aber Vito weiß. Ich kann das nicht erlauben. Ein paar Schläge von Vito. Ein paar gute Schläge von Vito sogar. Ein paar Schock-Einsatz. Und ich labere den Sitz. Was ist das nicht? Ich hab ihn jetzt eine Schock-Einsatz. Ich hab ihn mit Rufe gezкив In round number 1, Referee Fabian Garcia has called a stop to this contest. Declaring a winner, by submission via Rio Lake & Choke... ...Vito Gela! Aplausos